Manchmal passiert etwas, das für immer und ewig Spuren hinterlässt. Ist hier irgendwas Böses? Ich denke, dass hier ziemlich viel passiert ist, in diesem Hotel, während all der Jahre. Und nicht alles war gut. Ich wünschte, wir könnten hier bleiben. Für immer. Hast du Lust, den ganzen Winter lang in dem Hotel zu wohnen? Natürlich. Und das Einzige, was einem hier oben im Winter zusetzen kann, ist diese absolute Einsamkeit. Jim! Ihr habt geträumt. Ich hab euch umgebracht. Du hast das getan! Nicht wahr? Du Unmensch! Hast du jemals daran gedacht, was für mich auf dem Spiel steht? Jemals! Ich werde dich nicht anfassen! Ich werde dich nicht anfassen! Ich werde dir bloß den Schädel zertrümmern! Ich werde dir bloß den Kopf abhacken! Enschämt! Mein Gott! Ich werde dich nicht anfassen! Vielen Dank.